Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Lodgcast-Folge, diesmal wieder alleine. Und ich kann schon mal an dieser Stelle sagen, ja der November war vielleicht wieder nicht der produktivste Lodgcast-Monat. Ich habe aber im Dezember einiges vor und deswegen, da könnt ihr euch zumindest auf was freuen. Ja, dann auch hier an dieser Stelle nochmal, ihr könnt den Lodgcast auf allen möglichen Plattformen hören, dann AudioNow, Spotify und ja, überall wo ihr ihn hören wollt, hoffentlich. Und ja, natürlich auch auf YouTube ohne Bild. Ja, ich glaube das war eigentlich alles, was wir so zur Begrüßung sagen müssen. Hallo, wie geht's euch? Was geht bei euch so ab? Ja, in dieser heutigen Folge geht's darum, was ich für Filme geguckt habe in diesem November. Beziehungsweise, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, ich mache mit bei dem Love Ember von Tim Carey. Und natürlich auch erstmal an Tim ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Und es war eine tolle Idee. Mir fehlt nur noch ein Film im Love Ember. Und das ist ein Rewatch, nämlich von The Lobster, den ich liebe, der einer meiner absoluten Lieblingsfilme werden könnte. Und deswegen habe ich gedacht, okay, den habe ich schon mal gesehen, da muss ich jetzt nicht extra drauf warten, bis ich den gesehen habe, um über meine Love Ember Filme zu reden. Nur noch ein paar andere Filme, die ich im November gesehen habe. Und deswegen habe ich gedacht, kann man auch das hier schon mal so ein bisschen einbinden. Und es müssten, glaube ich, 25 Filme gewesen sein. Einen anderen Film habe ich auch schon gesehen gehabt, vor dem Love Ember. Also der, das war auch ein Rewatch, der aber sehr schön war. Dazu kommen wir aber später. Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt in die Filme. Denn es gibt einiges zu tun in den November. Da habe ich viel, viel geguckt. Und ja, ich kann auch nicht über alle Filme ausführlich reden. Über die meisten Love Ember Filme habe ich auch eine Kritik, also ich habe zu allen Love Ember Filmen eine Kritik geschrieben auf Letterboxd. Wenn ihr die gelesen habt oder euch die durchlesen möchtet, dann der Link zu meinem Letterboxd ist ja immer in der Beschreibung. Dort könnt ihr die finden und wenn ihr wollt. Mich würde es freuen, wenn ihr euch die durchlesen würdet. Insgesamt ist Letterboxd eine ziemlich tolle Plattform, um sich über Filme auszutauschen. Und deswegen solltet ihr euch vermutlich Letterboxd runterladen. Ja, kommen wir zum ersten Film. Das war, oh mein Gott, das ist schon so lange her. Aber wirklich, es fühlt sich an, als ob man jetzt am Ende einer Odyssee wäre. The Cranes Are Flying damals am, ich meine, ich habe ihn am 2. November geguckt. Und ja, das war echt ein sehr, sehr starker Einstieg. Ich mochte den sehr gerne. Ist eine Mischung aus Romanze und Kriegsfilmen, den ihr sogar auf YouTube gucken könnt, auf Moosfilmen. Die stellen ja ganz viele Filme kostenlos zur Verfügung auf YouTube, da die so eine Partnerschaft mit YouTube haben. Und das Problem an dieser Version ist, die englischen Untertitel sind sehr zeitversetzt. Das ist in manchen Szenen ein bisschen blöd, aber in vielen Szenen auch nicht, denn es wird gar nicht so häufig gesprochen. Handlungstechnisch, da der Film sehr unbekannt ist, geht es um Veronika und Boris. Die beiden sind frisch verliebt. Und auf einmal startet der 2. Weltkrieg. Das junge Paar wird schnell auf eine harte Probe gestellt, da sich Boris freiwillig an die Front berufen lässt. Und was ich an The Cranes of Flying vor allem so faszinierend fand, war diese visuelle Wucht. Der Film ist aus dem Jahr 1957 und der sieht so toll aus. Der hat wirklich zahlreiche innovative Einstellungen. Und das Besondere ist auch bei der Kamera. Die Kamera bleibt selbst in langen Aufnahmen, stets bei den Figuren. Und da sieht man wirklich ihre Gefühle und Ängste, die halt durch den Krieg erzeugt werden. Und es ist halt auch sehr interessant, dass man zuerst diese fröhliche Kriegsaufbruchsstimmung sieht. Das hört man ja immer wieder, dass es vor allem eine Kriegsbegeisterung gab, auch beim 1. Weltkrieg. Aber auch beim 2. Weltkrieg durchaus eine positive Kriegsstimmung gab. Unfassbar, wenn man sich das heutzutage vorstellt. Und ja, dann merkt die Bevölkerung ja ganz schnell, dass vor allem die Schrecken des 2. Weltkrieges natürlich überall existieren. Wo Krieg ist, ist immer Schrecken. Und das zieht sich auch durch diesen Film. Schauspieler waren auch gut. Und ja, so war Cranes of Flying ein ziemlich, ziemlich guter erster Film. Als zweiter Film habe ich den Film geguckt. Wenn ihr euch noch an das November-Video erinnern könnt, habe ich damals schon gesagt, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf diesen Film, aber ich brauchte ihn wegen Rom-Com von 2000er. Und es war ein Film mit Hugh Grant. Es war Love Actually. Und der ist den Deutschen tatsächlich lieber. Und viele mögen den ja auch. Was für mich wirklich unverständlich ist. Der ist wirklich so unfassbar eklig. Wie er einfach in dieser... Es ist einfach schrecklich, dieser Kitsch. Und es ist einfach... Es ist einfach der größte Kitsch, den ihr euch vorstellen könnt. Es ist schrecklich. Und es war noch viel schlimmer, als ich es mir in meinen kühnsten Träumen hätte vorstellen können. Ich habe aber auch ein paar Mal gelacht, weil es einfach so völlig absurd war. Aber wenn ihr den mögt, dann ist das schön für euch. Aber ich konnte wirklich gar nichts mit dem anfangen. Ja, der Cast ist stark. Wirklich, da spielen tolle Leute mit. Ich kann mal kurz durchgucken, wer da so mitspielt. Also Hugh Grant hatten wir ja gerade schon. Alan Rickman spielt mit. Colin Firth. Emma Thompson. Liam Neeson spielt mit. Da spielen wirklich so tolle Leute mit. Keira Knightley. Andrew Lincoln. Martin Freeman. Und apropos Martin Freeman, die der Handlung. Also es geht um mehrere Menschen. Es spielt zu Weihnachten oder im Dezember. Und es geht halt um mehrere Personen, die halt unterschiedliche Arten von Liebe empfinden. Und dieser ganze Storyart von Martin Freeman ist einfach nur eine Beleidigung für jegliche halbwegs intelligente Lebensform. Denn es geht darum, Martin Freeman ist ein Pornodersteller. Und es sind nur so 10 Minuten in diesem 135. Film, wo dieser Storyart von Martin Freeman auftaucht. Aber das ist wirklich mit das Schlimmste, das ich jemals gesehen habe. Denn er ist ein Pornodersteller und er ist gerade mitten in einer Szene mit einer Frau. Und dann fragt er sie dann irgendwann. Also sie fangen dann an, während des Akts über Smalltalk zu reden. Und oh mein Gott, das ist so peinlich. Und da denke ich mir, habe ich mir den ganzen Tag gedacht, was gucke ich hier gerade? Was gucke ich hier gerade? Und ich habe im selben Monat noch Super Mario Bros. geguckt. Ich weiß, ich springe jetzt ein bisschen. Aber den habe ich Ende des Monats gesehen. Aber ich habe im gleichen Monat noch Super Mario Bros. geguckt. Und ich muss sagen, Super Mario Bros. ist auf jeden Fall weniger Cringe als tatsächlich Liebe. Wirklich. Denn dieser komplette Storyart von Martin Freeman ist peinlich. Ist es schrecklich. Ich muss sagen, ich konnte mit Love Actually wirklich gar nichts anfangen. Wenn ihr mit diesem gute Laune Gefühl in den Film reingeht und einfach, keine Ahnung, euch einfach in dieses Gefühl reingezogen werden wollt, dann viel Spaß damit. Ich konnte leider damit gar nichts anfangen. Von Richard Curtis ist der Film. Ich habe von Richard Curtis aber noch einen anderen Film in diesem November gesehen. Nämlich About Time und wie ich den finde. Kommen wir zum Schluss zu. Ich habe noch 45 Years gesehen. Dritter November Film. Ich glaube, ich muss ein bisschen anziehen. Wird mir damals von Ari Aster empfohlen. Ist ein ziemlich tolles Ehe-Drama. Sehr melodramatisch. Tolle Hauptdarsteller. Sehr interessant. Aber so an sich nicht wirklich weiterhin großartig Erwähnungswerk. Er war gut. Aber er wird mir nicht lange im Gedächtnis bleiben. Er war gut, aber auch jetzt nicht unbedingt mehr. Ich habe Gretchen Hänsel geguckt. Habt ihr den? Ne, ihr habt ihn noch nicht im Filmeinkauf gesehen. Der wird ja von vielen Seiten wirklich zerrissen. Ich fand ihn okay. Das ist, glaube ich, so ein Film, den werde ich zweimal in meinem Leben gucken. Einmal alleine. Und einmal vermutlich noch mit einer Freundin. Und dann wird dieser Film erstmal sehr, sehr lange in meiner Filmsammlung verrotten. Aber die zweimal, wo ich ihn dann gesehen habe, ich denke, das ist durchaus okay. Weil er hat wirklich einen coolen Style. Es ist halt Style over Substance. Also wirklich, dieser Film ist unfassbar flach. Ich habe auch eine Kritik geschrieben für Movie Words. Und ja, der Film ist unfassbar flach. Aber ich denke, einmal kann man ihn ruhig angucken. Ich fand ihn vollkommen okay. Also, er war wirklich okay. Ich meine, der dauert 90 Minuten. Ich hatte 90 Minuten rein. Nicht relativ viel Spaß mit dem. Hatte auch keine Jumpscares. Das ist auch schon mal ein Pluspunkt. Und ja, der sah halt visuell toll aus. Aber hinter dieser visuellen Fassade bleibt da nichts übrig. Aber wenn man sich darauf einlassen kann, dann ist das okay. Und Sophia Lillis ist toll. Als vierten November Film habe ich dann tatsächlich Hachiko geguckt. Das US-Remake mit Richard Gere. Und da war ich, ich glaube, ich war noch nie so emotional fertig nach einem Film. Es gibt viele Leute, die sagen, ach, ich konnte dann irgendwie irgendeinen Film nicht weitergucken, weil er so unfassbar traurig war. Keine Ahnung. Aber wirklich bei Hachiko. Mich hat er erwischt. Vor allem halt als Hundebesitzer. Also, ich bin mit Hunden aufgewachsen, seitdem ich zwei Jahre alt war. Und ich weiß halt auch, wie das Gefühl ist, wenn man halt dann wirklich einen Hund nach 15 Jahren verliert. Und das ist einfach so. Und ich weiß einfach, wie es sich anfühlt, so einen Hund zu haben. Und deswegen hat er mich einfach so krass erwischt. Und wirklich, das war unfassbar, wie der Film mich bekommen hat. Also, ich habe wirklich überlegt. Oh mein Gott, das hat mich so fertig gemacht. Wirklich. Ich saß vor meinem Fernseher und habe gedacht, oh mein Gott. Ich meine, ich kannte ja schon die Geschichte im Vorhinein. Ich meine, die Geschichte kennt eigentlich jeder. Ich möchte sie jetzt trotzdem nicht weiterhin erwähnen. Aber wirklich, Hachiko hat mich einfach umgehauen, weil der so... Ich fand den so emotional und so sympathisch und so traurig. Und trotzdem ist er so liebenswert. Das war ein richtig, richtig toller Film. Und ja, deswegen Hachiko. Gehört tatsächlich zu meinen Highlights des Novembers. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man nicht, vielleicht auch nicht diese Beziehung so zu Hunden hat. Oder wenn man dann... Der Film drückt auch ein kleines bisschen auf die Tränendrüse. Aber bei mir hat es dieses Mal funktioniert. Und deswegen hat er einfach für mich grandios funktioniert. Und ich bin sehr gespannt. Vielleicht werde ich mir irgendwann nochmal das japanische Original angucken. Aber wirklich nötig ist es eigentlich nicht. Ähm, Watership Down. Meinen Film habe ich durch den Filmwelt Filmclub gesehen. Ähm, ja. War ich jetzt eigentlich gar nicht groß, was ich zu sagen soll. Ich fand den okay. Ähm, es ist ein Animationsfilm, der aber ziemlich brutal ist. Der aber früher schon für Kinder war. Ähm, das ist halt so ein Film, der hat bei mir emotional wieder gar nicht funktioniert. Also Hachiko, ich habe beide am gleichen Tag geguckt, ähm, der hat mich emotional umgehauen. Und Watership Down war dann, ah, das ist nett, das ist nett, dass der Hase gerade gestorben ist. Das ist mir egal. Und das ist halt dann wieder so ein bisschen das Schwierige. Auf der einen Seite ist man halt so emotional mitgenommen. Und auf der anderen Seite dann halt eher weniger. Ähm, so ist das halt so. So ist das halt. Und, ähm, ja. Da fällt und steht halt manchmal dann ein Film mit. Ähm, ja. Dann habe ich gesehen The Danish Girl, auch durch den November, äh, behandelt das Leben von Lily Elbe oder Elbe, keine Ahnung. Und, ähm, es geht um, ähm, eine der ersten geschlechtsangleichenden Operationen, ähm, gespielt mit Eddie Redmayne und der wirklich grandiosen Alicia Vikander, die sogar mit einem Oscar ausgezeichnet wurde für diese Rolle. Ähm, ich muss sagen, ich fand den eigentlich ziemlich gut. Und es gab zwar das eine oder andere Klischee, ein paar Längen, aber ich fand das Leben, also, ihr müsst halt wissen, ähm, dieser, also, dieser, geboren ist der, ähm, geboren ist Lily Elbe als einer Wegener, also als Mann. Und, ähm, sie, ähm, sie, also, er fühlte sich als Frau und deswegen, ähm, beziehungsweise er ist halt, er ist halt als Frau in einem Männerkörper geboren. Okay? Also, ähm, also, im Endeffekt ist er ja eine Frau, obwohl er halt in einem Männerkörper steckt. Und, ähm, ich find's trotzdem, also, Tom Hooper schafft's wirklich mit viel Respekt gegenüber dieser Transgender-Community umzugehen, was ich wirklich wichtig finde. Ähm, denn, das ist natürlich auch gar nicht so leicht damit umzugehen, denn, ich glaub, der Film spielt Anfang des 20. Jahrhunderts, damals war das ja auch noch ein Tabuthema, ein absolutes Tabuthema. Ja, und, ähm, damit, so muss der Film ja auch damit umgehen, dass es wirklich damals ein großes Geheimnis war. Und ich find, das schafft der Film eigentlich ganz gut, deswegen gibt's halt auch so ein Doppelleben. Auf der einen Seite, ähm, ist halt einer Wegener der Ehemann von, ähm, von, ähm, Alicia Vikanders Figur und auf der anderen Seite, ähm, will er halt Lily Elbe sein, also die, ähm, also eine Frau. Ähm, beziehungsweise er ist ja an sich für ihn, also für ihn ist er ja eine, für sich ist er ja eine Frau. Und, ähm, deswegen ist es sehr, ist halt dieses, dieses Doppelleben sehr interessant und wirklich toll geschauspielert und wirklich fesselnd. Ähm, es gibt eine Handlungsstelle, die ist dann in Paris, die fand ich dann, da gab's auch ein bisschen ein paar bessere Szenen, ein paar schlechteren Szenen. Aber so an sich fand ich dieses Thema wirklich, ähm, gut aufgegriffen mit dem sentimentalen Einblick. Und, äh, das, wirklich das letzte, dritte hat mich dann echt von dem Bildschirm gezerrt. Ich hab nicht damit gerechnet, äh, dass ich den so gut finde, aber gut, ich hab ihn jetzt 7 von 10 Punkten gegeben. Ich hätte es eher so zwischen 5 und 6 gerechnet, aber der Danish Girl war echt, ähm, war echt ein guter Film. Ähm, war ich mit, womit ich dann eher weniger anfangen konnte, war Blue Valentine mit Michelle Williams und Ryan Gosling. Die sind toll, aber abgesehen, ähm, davon ist eigentlich für mich nicht viel von diesem Film übrig geblieben. Ich kann mich eigentlich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel an den Film erinnern, ähm, deswegen, ja, keine Ahnung, konnte ich nicht mit so, konnte ich nicht so viel mit anfangen. Deswegen würde ich ihn jetzt nicht einfach so ein bisschen überspringen. Der hat ein paar tolle Szenen, der hat tolle Schauspieler, der hat ein, also der sieht toll aus und alles, aber, ähm, der hat mich auch halt emotional wieder gar nicht mitgenommen. Das ist halt sehr interessant bei diesem ganzen November-Film, ähm, also wenn man emotional in die reingezogen wird, dann funktionieren die perfekt. Aber wenn man so ein bisschen kritische Distanz zum Gezeigten bewahrt, dann, ähm, das ist natürlich ein großes Problem. Das sind so, vor allem Romanzen, die halt auch auf Gefühle und sowas setzen, gar nicht mehr so gut funktionieren. Ähm, ich hab dann auch noch meinen ersten Film von Wong Kar-Wai gesehen. Ähm, Überraschung, es wird nicht der einzige sein. Ich hab, äh, zuerst In The Mood For Love gesehen, ein, äh, wirklich interessanter Film, der im Hongkong, äh, des Jahres 1962 spielt. Und der hat auf Letterboxd eine Bewertung von 4,4 und ich hab wirklich einiges erwartet. Und ich, also, ich hab natürlich gar nicht gewusst, was mich erwartet, aber ich hab einiges erwartet. Und ich wurde auf jeden Fall nicht enttäuscht, denn es ist ein melancholischer Film, der wirklich das Prädikat traurig schön verdient. Ähm, In The Mood For Love ist einfach absolut stylisch. Ähm, das ist wirklich diese Inszenierung des Hongkongs, der, der 60er ist famos. Es gibt Montagen, ähm, da wird teilweise noch mit Slow Motion gespielt und auch die unterstreichen halt unfassbar gut dieses Melancholie-Gefühl. Auch die Schauspiele, die ganze Handlung, ähm, unfassbar melancholisch und, ähm, ich mag dieses melancholische, melancholische Gefühl sehr. Ähm, es gibt ein wundervolles Film, nämlich das Umeiji's Film, könnte man vielleicht sogar schon mal gehört haben, ähm, wird, meine ich, nicht nur in The Mood For Love gehört. Und, ähm, das ist auf jeden Fall auch wundervoll. Es unterstreckt halt auch diese Themen von Sehnsucht, Moral und Einsamkeit. Über Schauspiele habe ich ja gerade schon gesprochen, ist toll. Lange und prägnante Kamerafahrten, ähm, vielleicht nicht komplett kurzweilig. Ähm, also der, der, der geht schon schnell vorbei. Vielleicht hätten auch 90 Minuten gereicht, keine Ahnung. Ähm, der ist wirklich, der war wirklich toll. Ich weiß nicht, warum ich ihm dann nur die 8 von 10 Punkten gegeben hab. Ähm, irgendwie, ich weiß nicht, mir fehlt der halt so ein bisschen, ich finde wirklich viele, viele Sachen im Film toll. Und ich weiß auch gar nicht, wer ich großartig kritisieren möchte. Ähm, mich hat, vielleicht lag es wirklich noch ein bisschen an diesem emotionalen Abstand. Vielleicht war das das Problem. Und, äh, deswegen, ich meine, 8 von 10 Punkten ist immer noch richtig, richtig stark. Ähm, vielleicht wird es ja beim nächsten Mal eine 9 von 10. Ähm, können wir aber vielleicht auch direkt zu Chunking Express springen. Von, äh, weiterer Film von Wong Karai. Den fand ich nämlich noch besser. Ähm, hab ich zwar auch noch nur die 8 von 10 gegeben, aber den fand ich wirklich noch einen Ticken stärker. Da hab ich auch lange überlegt, ob ich ihm nicht die, ähm, 9 von 10 geben möchte. Das Problem ist, ähm, Chunking Express besteht halt aus zwei Teilen. Und, ähm, das Problem war so ein bisschen für mich, ich fand, ähm, das Ende vom ersten Teil nicht ganz perfekt. Ähm, also ich weiß nicht, irgendwie fand ich es dann irgendwie so ein bisschen, ähm, es war halt auch für mich kein Richter. Ein richtiges, richtiges Ende. Deswegen, das hat mich so ein bisschen gestört. Und ich finde, der zweite Teil braucht jetzt so ein bisschen, um in Fahrt zu kommen. Aber wenn der halt mal in Fahrt kommt, der zweite Teil, dann ist der halt richtig, richtig gut. Und das Besondere ist ja doch einfach, der ist so unfassbar stylisch, dieser Film. Ich glaub, der gehört echt zu den stylischsten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Es gibt viele Szenen mit so einem Stroposkop-Effekt, die richtig gut aussehen. Die wirklich einen in das, in einen Sog reinziehen. Dieses nächtliche Hongkong. Zeitlupen, Zeitraffer sind richtig toll eingesetzt. Grelle Farben. Und, ähm, auch die Kostüme. Dieses, ähm, vielleicht kennt ihr das Kostüm von Brigitte Lynn. Ähm, wirklich. Das ist einfach so markant. Dieser, ähm, dieser Regenponcho mit dieser Sonnenbrille. Diese Perücke. Es ist einfach alles so unfassbar markant. Und, äh, so gut. Er gehört auch zu Quentin Tarantinos Lieblingsfilm. Ich kann's verstehen. Und im zweiten Teil ist tatsächlich auch California Dreamin von, ähm, von The Mamas and the Pappers. Ähm, einer meiner absoluten Lieblingslieder, weil ich den auch in, ähm, ich find in, ähm, Once Upon a Time in Hollywood gibt's eine Cover-Version von, äh, Jose Feliziano. Ähm, die ist wundervoll. Ich mag auch das Original sehr gerne. Ähm, die Version von Jose Feliziano ist ein bisschen, äh, melancholischer. Und, ähm, die Originalversion von The Mamas and the Pappers ist halt, ähm, ein bisschen fetziger. Und, ähm, ja. Das hat einfach für mich super funktioniert, weil es so ein bisschen als Leitthema fungiert. Und es ist eines meiner Lieblingslieder, also. Allein das musste schon funktionieren. Ähm, ja. Es war wirklich ein richtig, richtig toller Film. Handlungstechnisch vielleicht. Ähm, noch, wie schon gesagt, es gibt diese zwei Teile um zwei verschiedene Polizisten, die halt, ähm, die in gewisser Beweise halt unterteilen. Liebesproblemen stehen. Und ich denke, das ist eigentlich alles, was man zu Chunking Express wissen sollte. Wirklich ein wundervoller Film. Kann ich nur weiterempfehlen. Ähm, richtig, richtig, richtig toll. Ähm, dazwischen, zwischen diesen beiden Filmen habe ich ein bisschen was gesehen. Nämlich zum einen Breakfast at Tiffany's, der vor allem durch Audrey Hepburn unfassbar charmant ist. Wirklich, ich habe einige Filme mit Audrey Hepburn gesehen. In diesem November, ich glaube vier oder fünf. Waren alle, ähm, vor allem ein Film bei Audrey Hepburn toll. Ähm, sie hat einfach unfassbares Charisma. Ähm, das Problem ist einfach nur ein bisschen an diesem Film. Er ist zum einen zu lang. Er dauert, äh, zwei Stunden. Das Ende ist sehr klischeehaft. Ähm, es gibt ein Buchende, das habe ich gelesen. Also, Breakfast at Tiffany's basiert auf einem Buch. Ähm, das Buch hat ein tausendmal besseres Ende. Und, ähm, dann haben wir noch das Problem. Die Figur von Mr. Yunyoshi. Also, er soll ein Chinesen im Film sein. Er wird gespielt von einem Amerikaner. Ähm, ist wirklich einfach rassistisch. Das ist wirklich ein riesiges Problem. Ja, die war auch schon, die Figur war auch schon vor 60 Jahren rassistisch. Und deswegen, ähm, das stört natürlich auch, weil sonst hat er eigentlich wirklich viel, viel Charme. Ähm, aber er hat ja diese Macken. Und vor allem hat dieser, es ist halt einfach so unnötig, dass es einfach ein, äh, dass es ein Asiate sein muss. Ähm, dieser, ähm, Nachbar, der Audrey Hepburn nachstellt und alles. Also, es ist so unfassbar unnötig. Und deswegen so ein unnötiges Klischee im Film. Der Regisseur hat selber im Endeffekt gesagt, ähm, warum habe ich das in den Filmen gehört? Das ist total unnötig und ich kann ihm das Gleiche sagen. Also, hätte dieser Film durch dieses rassistische Klischee noch alles gehabt, dann hätte ich ihn vielleicht sogar noch besser bewertet. Ähm, dreieinhalb hat er am Ende von mir bekommen. Aber, ähm, das waren halt Szenen, die waren einfach unangenehm zu gucken. Und da denkt man sich, wow, wow. Aber, ja, Audrey Hepburn ist wundervoll. Ähm, Flucht von, Flucht von Pretoria habe ich gesehen. Einen Film aus diesem Jahr mit Daniel Radcliffe gehört nicht zum Lavema. Habe ich für Movie Words geguckt. Ich glaube, beziehungsweise die Kritik ist auf Blanga One erschienen. Ähm, ja, der ist, glaube ich, letzte Woche auf Blu-ray erschienen. Kann ich nur weiterempfehlen. Also, ich habe ihm dreieinhalb gegeben. Aber ich fand ihn wundervoll. Ähm, geht um zwei politische Aktivisten. Ähm, zwei weiße politische Aktivisten im Südafrika 1978. Die, ähm, in ein, äh, die durch das, die halt gegen das Apartheid-Regime. Ähm, rebellieren und, ähm, in ein Gefängnis gesteckt werden. Das Pretoria-Gefängnis basiert auch auf wahren Begebenheiten, die ganze Geschichte. Und, äh, ja, Daniel Radcliffe ist vor allem toll in diesem Film. Der hat echt spannende Sequenzen. Er hat ein klassisches Gut-gegen-böse-Schema. Natürlich müssen alle Wächter böse sein, äh, im Gefängnis. Aber an sich, der hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Des Weiteren habe ich gesehen, zwischen Chunking Express und In The Mood for Love, nur zwei Filme. Ähm, zum einen Die Hell of It. Der, oh mein Gott, ich habe hier gerade schon, äh, was ist gerade? Ich habe vor zwei Wochen im Lodge-Cast mit Jan und Bela zum Filmquiz, ähm, habe ich über Die Hell of It geredet. Und deswegen nur ganz kurz an dieser Stelle. Ich fühle ihn immer noch wundervoll. Er ist toll. Ich liebe ihn. Es reicht. Es reicht. Ich muss nicht mehr über ihn sagen. Äh, falls ihr die Folge von mit Jan und Bela gehört habt, da habe ich genug über Die Hell of It gesprochen. Richtig, richtig toller Film. Äh, ich hatte ihn ja auf, äh, viereinhalb von fünf. Ich habe ihn im Endeffekt dann doch auf acht von zehn jetzt runtergeschraubt. Ich weiß nicht ganz warum. Ich, ich hatte einfach das so im Gefühl, dass ich mich dann besser fühle. Aber ich liebe ihn wirklich. Ähm, ich freue mich auch schon, wenn ich den wieder sehe. Vielleicht hat er dann, ich glaube, ich muss ihn doch am zweites Mal sehen, um ihm wirklich die neun von zehn dann wirklich geben zu können. Ich finde ihn aber wirklich so grandios, so charmant, so liebevoll. Ähm, ja, Die Hell of It, wundervoller Film. Und, ähm, Roman Holiday habe ich gesehen. Von William Wyler mit Audrey Hepburn. Und, ähm, Gregory Peck. Gregory Peck, auch ein toller Schauspieler. Ähm, und ja, Roman Holiday hat mich auch wirklich absolut abgeholt. Ähm, dauert zwei Stunden, ist unfassbar kurzweilig. Ähm, natürlich halt... Das Traum auf der Duo zwischen, äh, Audrey Hepburn und Gregory Peck funktioniert richtig gut. Ähm, der hat... Der macht einfach unfassbar viel Spaß. Ähm, man sieht einfach, ist auch sehr schön, ähm, Handlungsort ist Rom. Natürlich auch ein sehr schöner Ort. Dialoge. Ein tolles Ende hat der Film. Und so kann ich eigentlich echt nur sagen, Roman Holiday war ein toller Film. Der hat von mir 8 von 10 Punkte bekommen. Und ich stehe dazu. Und ich fand den wirklich unfassbar charmant und gut und interessant. Und auch die, wie das Journalismus-Thema eingearbeitet wurde, fand ich auch sehr gut. Rome Holiday hat wirklich gut bei mir funktioniert. Ähm, ja. November Pick Nummer 12. Die höchst bewertete Romanze, die ich noch nicht gesehen habe. Und das war A Brighter Summer Day von Edward Young, der auch für Yigi bekannt ist. Yigi könnte man vielleicht auch kennen. Und, äh, A Brighter Summer Day habe ich auf YouTube gesehen. Gibt's, äh, nicht legal auf YouTube. Was heißt nicht legal? Also, es ist halt ein... Der Film ist halt auf YouTube hochgeladen. Was natürlich nicht, ähm, die beste Entscheidung ist, wenn ihr die Leute dort unterstützen wollt, die den Film gemacht haben. Aber es ist halt auch sehr schwer, als, äh, jetzt an A Brighter Summer Day ranzukommen. Musst ihn halt importieren lassen und alles. Und, ähm, ja. Hätte sich für mich auch nicht so gelohnt. Denn ich bin nicht der allergrößte Fan von A Brighter Summer Day. Äh, ich habe ihm 7 von 10 Punkten gegeben. Ähm, aber das Problem war... Also, der ist halt toll. Der hat tolle Kamerafahrten. Der ist halt eigentlich... Der sieht toll aus. Der hat eine interessante Geschichte. Der spielt, glaube ich, im Taiwan der 60er. Ähm, aber der dauert halt auch 4 Stunden. Der dauert halt auch 4 Stunden. Und der fühlt sich halt auch an wie 4 Stunden. Der ist wirklich richtig toll gefilmt. Und hat wirklich tolle Ansätze. Aber ich wurde einfach nicht in den Sog gezogen. Und so fühlen sich halt dann 4 Stunden an wie 5 oder 6. Und das ist halt ein großes Problem bei diesem Film. Das, ähm... Also, ich meine, die Figuren sind komplex und alles. Die ganzen interessanten Verbindungen... Also, die total interessanten Verbindungen zu Eltern da stehen. Aber wenn einen halt die 4 Stunden... Also, wenn man halt um die 4 Stunden nicht in so einen Sog gezogen wird. Dann ist das halt bei so einem ruhigen Drama halt ein K.O.-Kriterium. Und so kann ich nur sagen, ich finde den Brighter Summer Day ja gut. Aber, ähm... Für mich muss der nicht 4 Stunden lang sein. Ich werde vermutlich Gigi bald eine Chance geben. Ich kann noch nicht sagen, ob es im Bitz immer soweit sein wird. Ähm, ich möchte ihn aber auf jeden Fall bald mal gucken. Der dauert nur 3 Stunden. Vielleicht komme ich da besser rein. Ähm, aber ich muss sagen, Brighter Summer Day wirklich, ähm... Hat bei mir einfach nicht funktioniert. Genauso wie Little Woman. Ähm, Little Woman. Ich habe ihn endlich gesehen. Und, ähm... Die berühmteste Romanze auf Letter... Also, die populärste Romanze auf Letterboxd, die ich noch nicht gesehen habe. Und auch zu Little Woman. Ich weiß gar nicht, was ich da großartig zu sagen soll. Toll geschauspieler. Der sieht toll aus. Aber Kostümfilme sind einfach nicht mein Genre. Wirklich. Ähm, klar. Der Cast ist klasse. Vielleicht der beste weibliche Cast, den es jemals in einem Film gegeben hat. Ich meine, Saoirse Rowan, Florence Pugh, Emma Watson, Laura Dern, Meryl Streep. Und auf der männlichen Seite läuft da natürlich auch noch so ein Timothee Chalamet und so ein Bob Odenkirk vorbei. Ähm, die auch beide toll sind. Aber so im Endeffekt... Da ist auch der letzte Funke einfach nicht auf mich rübergesprungen. Und, ähm... Für mich liegt es auch so ein bisschen am Drehbuch, da die Charaktere mir auch einfach fremd geblieben sind. Und die Handlung einfach nicht großartig in Fahrt kommt. Ähm, einfach... Also nur weil die Schauspielerinnen toll sind, weil ich die liebe, heißt es halt noch lange nicht, dass die Figuren wirklich interessant sind. Und für mich waren diese Figuren einfach immer ziemlich, ziemlich langweilig. Und, ähm, so habe ich dann Little Women die erschreckenden 6 von 10 Punkten nur gegeben. Ähm, ich denke, ich werde ihn bald nochmal ein zweites Mal gucken. Äh, ich bin gespannt, ob er da besser abschneidet. Also ich denke mal, schlechter werde ich nicht bewerten, weil es einfach... Also, er ist ja nicht schlecht. Ich finde den ja auch gut. Aber es ist einfach nicht meine Art von Film, wie ich sie mag. Und deswegen, ähm, ja. Hat Little Women dann nur die 6 von 10 Punkte von mir bekommen. Punkten? Punkt... egal. Ähm, ja. Und das war halt so ein Problem. Ähm, durch den Filmweltfilmclub habe ich... Filmweltfilmclub? Oh mein Gott, nach einer halben Stunde merkt man, ähm, da spricht man nicht mehr so flott wie vor 30 Minuten. Ähm, ja. Durch den Filmweltfilmclub habe ich The Commitments gesehen. Ein, ähm, ein Musikfilm, der in, äh, jetzt das große... in Irland spielt. Und, äh, so ein lustiger, lustiger junger Mann möchte eine Band gründen. Eine Jazzband war es. Ich meine, es war Jazz. Und, ähm, ich muss halt einfach sagen, dieser irische Akzent hat bei mir unfassbar gut funktioniert. Ich fand den wirklich lustig. Die Dialoge sind ruppig. Und, äh, manche Montagen waren auch wirklich lustig. Wirklich die Commitments. Ich hatte gar keine Erwartungen an den. Wirklich, ich habe mir gedacht, oh mein Gott, soll ich den wirklich gucken? Okay, kaum einer hat den bisher gesehen. Da habe ich gedacht, okay, dann muss ich den jetzt gucken. Auch, äh, auch wenn ich wirklich gar keine große Lust auf den habe. Und ich glaube, das war, es war Soul. Es war Soul-Musik. Aber, ähm, ja, ich, ich wurde dann doch irgendwie... Irgendwie hat er mich dann gepackt. Und irgendwie hat es voll gut funktioniert. Die Figuren waren sympathisch. Die Musik ging dann doch schon gut ins Ohr. Ich würde sie nicht privat hören, aber sie ging wirklich gut ins Ohr. Äh, viele Szenen haben ein richtig gutes Charisma. Und das war einfach, das waren einfach spaßige zwei Stunden. Wirklich sind so schnell vorbeigegangen. Und ich habe halt zuerst Little Women geguckt. Und dann habe ich halt der Commitments geguckt. Little Women hat sich halt so ewig lang angeführt. Und der Commitments war halt, der dauerte halt auch 120 Minuten. Meine ich. Ja. Und, ähm, der war halt so schnell vorbei. So viel schneller als mit der Little Women. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht, vielleicht hat er doch was richtig gemacht. Der, der, der Commitments. Also was richtig, richtig, richtig gut. Und, ähm, ja. Deswegen habe ich dann mir gedacht, okay. Dann, äh, ist es jetzt so. Ähm, ja. Ich habe Der Herr der Ringe mit meiner Schwester nochmal geguckt im Extended Cut. Denke ich, kann man so am Rande erwähnen. Ähm, ich habe The Battleship Island gesehen. Und, äh, das ist ein ziemlich wundervoller Film. Ähm, habe ich auch eine Kritik auf Blenga One geschrieben. Vielleicht verlinke ich die einfach, vielleicht verlinke ich die ganzen Blenga One Kritiken, ähm, jetzt hier einfach mal in der Beschreibung. Denn Battleship Island, da kann ich wirklich, äh, lange drüber reden. Aber ich denke, das möchte ich gar nicht machen. Da würde ich echt lieber auf meine Kritik verweisen. Weil ich dort eigentlich alles Wichtige gesagt habe. Ähm, falls ich es vergessen sollte, sie zu verlinken. Kann ja mal passieren. Ähm, schreibt mich gerne einfach an. Also in die Kommentare, äh, da ich das hinzufügen soll. Dann, äh, mache ich das. Weil, falls ich es wirklich vergessen sollte, guckt aber bitte erstmal in die Beschreibung. Vielleicht, äh, vielleicht habe ich ja so ein Elefantengedächtnis. Aber, ähm, der ist grandios. Der Battleship Island gehört für mich auf jeden Fall zu den besten Kriegsfilmen der letzten Jahre. Äh, vielleicht echt zu aller Zeiten. Denn, ähm, der war stark. Südkoreanisch. Ähm, setzten euch bitte auf die Watchlist. Fantastischer Film. Wirklich ein richtig, richtig fantastischer Film. Aber, ähm, ja. Ich verweise da einfach mal zu meiner Kritik. Denn wir haben noch einige Filme vor uns. Wir befinden uns gerade erst am 15.11. Ähm, praktisch hier gerade in meinem Letterboxd-Kalender. Und deswegen, äh, wir haben noch einiges vor uns. Wir haben noch einiges vor uns. Ähm, dann durfte tatsächlich ich einen Film für den Filmwelt Filmclub aussuchen. Ähm, ich erwähne ihn gerade schon die ganze Zeit. Ähm, ich erwähne ihn ja eigentlich auch in den letzten Podcast-Folgen immer, wenn es um, äh, was habe ich gesehen in der Vergangenheit geht. Ähm, das ist halt ein, äh, der Discord-Server von Tim Carrey. Also der gute Mann, der auch meine Thumbnails designt. Ja, ich denke, diesen Schnitt wird man bemerken. Ich musste unten ein Paket holen für ein Rezensionsexemplar, das ich bekommen habe. Und, äh, ich musste Treppen sprinten. Einfach mal eine Runde durchatmen, ne? Ich meine, wir haben ja auch die Zeit hier am LodgeCast. Ähm, ja. Wo waren wir? Ich meine, wir waren beim Filmwelt Filmclub. Ich meine, da sind wir stehen geblieben. Ähm, ja. Uff. Ähm, das ist ein, der Disco-Server von Tim Carrey, habe ich gerade schon gesagt, der gute Mann, der meine Thumbnails macht. Und den ihr unbedingt auf YouTube abonnieren solltet. Und, ähm, ja. Dort gibt es halt ein Projekt. Und, äh, das heißt Filmwelt Filmclub. Und dort, ähm, sind, keine Ahnung, eine unbestimmte Anzahl Mitglieder. Dann sind es um die 30 bis 40 Stück. Und, äh, da wird jetzt immer ein Film entschieden von jemandem. Das, äh, wechselt sich jede Woche ab. Es gibt eine feste Reihenfolge. Und, äh, nach, boah, ich glaube, nach, äh, 15 Wochen war ich jetzt endlich dran. Und, ähm, ich habe mich für einen Film entschieden, der auf Amazon Prime ist. Beziehungsweise, wenn ihr diesen Podcast hört, nicht mehr, ähm, auf Amazon Prime ist. Und, ähm, das ist sehr schade. Aber ich möchte ihn euch trotzdem empfehlen. Und das ist Merry Christmas, Mr. Lawrence. Und das ist ein Film von Nagisa Oshima. Ein, äh, japanischer Regisseur, den man vielleicht kennen könnte. Und, ähm, da spielt David Bowie mit. Tom Conti. Und, äh, Takeshi Kitano. Kennt man, äh, natürlich auch. Der gute Takeshi Kitano. Er kam auch in den letzten Notchkass-Folgen, äh, immer wieder vor. Und, ähm, ja, ähm, wie soll ich diesen Film jetzt beschreiben? Handlungstechnisch befinden wir uns auf Java, am Jahr 1942. Äh, Lawrence ist ein britischer Kapitän, äh, Captain, der in, äh, einem japanischen Kriegsgefangenenlager den Austausch mit seinen neuen Befehlshabern sucht. Ähm, das Problem ist aber, diese britische Kultur und diese, ähm, japanische Kultur ist natürlich sehr unterschiedlich. Und deswegen geraten diese Kulturen aneinander und konfrontieren natürlich. Und, äh, es ist einfach sehr interessant, wie, wie es so ein bisschen der, ähm, wie es so ein bisschen der, ähm, wie es so dieser Kampf der Kulturen ist zwischen den Japanern und den Briten, aber immer auf eine sehr, ähm, durchaus auf eine respektvolle Art und Weise. Also natürlich auch mit den Gräueln des Krieges, die werden natürlich auch gezeigt. Ähm, es ist aber nicht so, als ob jetzt die Japaner, nur weil sie jetzt das Kriegsgefangenenlager beherrschen, jetzt unbedingt immer die Bösen sein müssen. Ähm, es wird eigentlich im Film ganz gut zusammengefasst, ähm, immer die Menschen, die glauben, im Recht zu sein, sind die Bösen. Und natürlich, die, ähm, in britischen Kriegsgefangenenlagern würden es natürlich den, äh, japanischen Gefangenen auch nicht unbedingt gut gehen. Und das ist eigentlich die Message des Filmes. Ähm, es geht aber auch darum, dass, äh, dieser japanische Nationalismus, ähm, sehr stark hinterfragt wird. Und ich fand es unfassbar interessant, weil der Film ja von einem japanischen Regisseur ist und, äh, der hinterfragt einfach seine eigenen Traditionen und Kulturen. Und, ähm, im Endeffekt hat er recht damit, denn, ähm, es geht ja auch um diesen, dieses japanische Harakiri, also der Selbstmord aus, äh, durch Ehebruch, also nicht Ehebruch, Hochzeits, also wegen Hochzeits, sondern wo, also wenn er die Ehre, Ehrenbruch, keine Ahnung, wenn er die Ehre von einem, ähm, ähm, also wenn er die Ehre von einem, ähm, ähm, ange, angegriffen wird. Also, wenn, wenn man halt irgendwas Schlimmes, Blödes getan hat und dann, äh, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeine Mission im Krieg verkackt hat und dann, äh, muss man Harakiri bestehen, weil man seine Ehre zerstört hat und so kann man nur seine Ehre wiederherstellen, indem man diesen traditionellen Selbstmord besteht. Und, ähm, ja, das wird halt im Film angegriffen und ich denke, das ist eine ziemlich tolle Sache, denn, ähm, das gehört halt eigentlich echt wirklich nicht ins 20. Jahrhundert und, ähm, da ist halt sehr interessant, wie, wie einfach Nagisa, Oshima, seine eigenen, eigenen Kulturen hinterfragt und, ähm, halt auch diese Darstellung ertragen halt dazu bei. Ich meine, David Bowie allein schon seine Augen ziehen einen wirklich in seinen Bann, weil es sind ja zwei unterschiedliche Augenfarben und es ist halt so ein markantes Gesicht, ähm, Was ich auch toll fand, ähm, die Musik. Ähm, die Musik ist von, ähm, wie heißt der gute Mann? Sakamoto. Sehe ich hier noch irgendwo sein? Ryoichi Sakamoto und er spielt tatsächlich den, ähm, er spielt tatsächlich den, ähm, den, ähm, den, ja, den Anführer des Kriegsgefangenenlagers, Den General des Kriegsgefangenenlagers und, ähm, er ist tatsächlich wie David Bowie halt eigentlich auch Musiker und er hat sich ja dazu entschieden, Dass er halt auch für den Film gleichzeitig die Filmmusik macht und die ist halt so unfassbar schön, wirklich, die läuft bei mir in Dauerschleife. Ich finde die richtig, richtig toll. Ist mit Synthesizern, äh, Synthesizern, also passt vielleicht gar nicht immer so auf den ersten Blick, Aber sie ist einfach so toll und passt doch irgendwie in den Film. Wirklich richtig gut gemacht. Und Takeshi Kitano, ähm, schwebt irgendwo zwischen Bestie und naiver Niedlichkeit. Und, ähm, ja, es ist einfach ein richtig, richtig toller Film, der, ähm, der einen zum Nachdenken anregt, der wirklich, ähm, der sehr lang ist. Also ich muss da schon zugestehen, ähm, mit 100, also der dauert nur 120 Minuten, der ist durchaus in manchen Stellen langatmig. Ähm, aber ich muss sagen, die Dialoge und die Figuren, äh, die holen es wieder raus. Aus Action gibt es praktisch gar keine und, ähm, es ist halt so ein vollkommen anderer Ansatz von Kriegsfilmen. Das finde ich einfach toll und, ähm, deswegen finde ich Mr. Merry Christmas, Mr. Lawrence halt auch so toll. Ich finde es wirklich einen, ähm, richtig, richtig guten Film und ich freue mich, dass er, ähm, auch im Filmclub, ähm, sehr, mit sehr viel Anklagen aufgenommen wurde. Ähm, aber halt auch, ähm, es durchaus Kritik gab, die absolut nachwürziger ist. Ich denke, wenn man sich eben nicht auf die Figuren und sowas einlassen kann, äh, dann darf man den Film auch gerne kritisieren. Und, ähm, dann kann ich auch verstehen, ob man den wirklich als langatmig empfindet. Aber, ähm, es freut mich natürlich auch, wenn die Leute, dass viele Leute den Film genauso toll fanden wie ich, beziehungsweise noch toller. Und, ähm, deswegen auch an dieser Stelle mal vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der Merry Christmas, Mr. Lawrence geguckt hat, egal wie er ihn bewertet hat. Ähm, ich habe jede Kritik gerne gelesen. Ich habe jede Kritik gelesen und, ähm, ja, freut mich einfach richtig, richtig zu sehen, dass, ähm, ja, manche einfach eine gute Zeit hatten. Ähm, machen wir weiter mit einem Lovember-Film. Und das ist 500 Days of Summer, den ja auch richtig viele toll finden. Mit, ähm, Joseph Gordon-Levitt und Zooey Deschanel. Und der war eigentlich auch ganz cool. Es gab manche Stellen, die fand ich sehr deplatziert. Äh, zum Beispiel um die zwei besten Freunde von der Hauptfigur. Die Story hat mich nicht komplett in ihren Bann gezogen, aber der ist wirklich durchaus charmant. Er hat wirklich, äh, ich denke, viele kennen vielleicht diese Zeichentrick-Anteile. Ähm, die sind ja auch sehr bekannt, äh, im Film. Ähm, das war eigentlich auch ganz cool. Es ist kein Film, der mir lange im Gedächtnis bleiben wird. Aber auf jeden Fall für den Lovember hat er ziemlich gut reingepasst. Ähm, ja, die nächste Schande meiner Seite, von meiner Seite ist Brokeback Mountain. Ja, das Problem war bei Brokeback Mountain, das war wieder so ein Film, da wurde ich einfach nicht richtig, ähm, reingezogen. Das war wieder, ich weiß nicht. Äh, ich kann absolut, absolut, ähm, ich respektiere diesen Film für alles, was er ist. Aber es war ein bisschen das Problem wie bei Little Women. Ich wurde einfach nicht in die Figuren, in deren Probleme und, ähm, in das Gefühl hineingezogen. Und das ist halt ein riesiges Problem. Wirklich, ich respektiere diesen Film. Die Darsteller sind toll. Weil, der sieht toll aus, aber im Endeffekt war ich emotional nicht berührt genug, um dem mehr als 6 von 10 Punkten zu geben. Und das war sehr, sehr schade. Ich hab mir wirklich ein bisschen mehr erwartet. Aber ich denke auch dort ist vielleicht irgendwann mal ein Rewatch fällig. Und, äh, den sollte ich auch auf jeden Fall, ähm, ja, machen. Äh, ja, kommen wir zum Rewatch des, äh, des Lovembers. Beziehungsweise jetzt abgesehen von den Lobster, der mir ja noch fehlt, äh, habe ich noch einen weiteren Film gesehen, den ich schon vorher mal gesehen habe. Und, ähm, jetzt nach dieser Sichtung kann ich auf jeden Fall sagen, er wird zu meinem absoluten Lieblingsfilm gehören. Und das ist Kino Paradiso, beziehungsweise Cinema Paradiso. Und, ähm, zu Cinema Paradiso würde ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Denn ich hab mir schon extrem schwer getan, ähm, eine Kritik, ähm, zum Lovember zu verfassen. Denn, ähm, es ist wirklich schwer, wenn man einen Film liebt, wirklich, ähm, Worte zu finden, die dem gerecht werden. Und, äh, beim, bei Cinema Paradiso habe ich mich echt richtig, richtig schwer getan. Und deswegen war ich nicht, ich glaube, da würde ich mich besser fühlen. Ich würde auf meine Kritik des Lovembers verweisen. Äh, ich glaube, dort habe ich alles zusammengefasst, wie ich diesen Film, wie toll ich diesen Film finde. Vor allem, wie toll ich die Musik von Ennio Morricone finde. Und, ähm, ja. Ich glaube, dieser Film ist einfach, dieser Film ist halt so unfassbar viel. Er ist eine Romanze zwischen, ähm, zwischen, natürlich auch zwischen zwei Menschen, aber halt auch zwischen, ähm, zwischen Kino und Zuschauer, zwischen Film und Kino. Ähm, dieser Film beschreibt für mich einfach perfekt diese Leidenschaft nach Film, nach Kino, diese Magie. Die, einfach diese, 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 diese pure Liebe nach dem Kino. Und wenn man mich fragen würde, ähm, wieso man, wieso es wichtig ist, immer noch ins Kino zu gehen, dann würde ich sagen, guck dir einfach einmal Cinema Paradiso an und sag mir danach, dass du, ähm, dass es, dass es nicht schlimm ist, dass, ähm, Kinos in der, also dass Kinos jetzt durch die Corona-Krise schließen müssen. Ähm, ich denke, nach Cinema Paradiso wird niemand mehr so einen Satz sagen, weil man dadurch erst eigentlich wirklich versteht. Ähm, über diesen Film, der wirklich über mehrere Jahrzehnte erzählt, ähm, wie toll das Kino ist, wie wichtig das Kino ist und, ähm, inwiefern das einfach auch, ähm, Menschen zusammenbringen kann. Und, ja, Cinema Paradiso ist einfach genau dieses Gefühl, ähm, ist es einfach für mich echt einer der besten Filme aller Zeiten. Und, ähm, ja, ich, ich freue mich schon auf jedes Mal wieder den zu sehen. Vor allem diese letzte Szene, die einfach in ihrer Genialität einfach nicht zu überbieten ist. Also diese letzte Szene, ich möchte, ich möchte nichts darüber sagen, aber sie ist so gut, wirklich. Sie ist so gut, wirklich. Das ist so ein passendes Ende. Und das schlägt einem nochmal so richtig in den Magen. Das ist so richtig traurig schön. Und, ähm, ja. Cinema Paradiso ist einfach so ein geniales Werk. Und, ähm, vor allem, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn man Film liebt, wenn man das Gefühl liebt, welches Film an einem auslösen, und wenn man das Kino liebt, dann liebt man eigentlich auch Cinema Paradiso. Alfredo ist tot. Langliebe Alfredo. Ähm, machen wir weiter mit The Man Standing Next. Aus dem Jahr 2020, ein südkoreanischer Film. Ähm, mit Lee Byung-hun, den man vielleicht kennen könnte, wenn man sich für südkoreanische Filme interessiert. Spielt auch in Ice on the Devil, den, ähm, ich nenne den Gute, der Gute von Ice on the Devil. Ähm, spielt auch The Good, The Bad, The Weird mit, spielt in Bitter Speed Life mit, in Joint Security Area, richtig tolle Filme. Und The Man Standing Next, also auch ziemlich toll drin. Das Problem des Filmes ist aber, er ist unfassbar langweilig und langatmig. Und deswegen konnte ich mit dem leider nicht so viel anfangen. Aber, ja, auch diese Filme gibt es, mit denen man halt dann nicht so viel anfangen kann. Ich habe mich mal wieder an Billy Wilder getraut. Und, ähm, ich muss da sagen, Sunset Boulevard fand ich toll. Ähm, Double Indemnity konnte ich nicht so viel mit anfangen. Aber, ähm, The Apartment wieder im Film, da habe ich wieder verstanden, wie toll Billy Wilder ist. Einfach diese Mischung aus Unterhaltung und sehr ernsten Gedankengängen, die Wilder toll besteht. Das war mein Hund. Falls ihr es gerade gehört habt im Hintergrund, mein Hund hat sich so geschüttet. Und, ähm, jetzt robbt sie sich auf den Teppich. Ja. Ähm, kommen wir wieder zu The Apartment. Ähm, es ist halt ein Mix aus Romanze, Melodrama und, äh, Comedy. Und wirklich, es hat eine tolle Grundprämisse. Wirklich diese 125 Minuten verfliegen. Ähm, grandiose Kameraarbeiten hat der. Ist wirklich ein sehr, sehr charmanter Film. Mit, ähm, der wirklich, der einfach wirklich gut funktioniert. Auch immer noch nach 60 Jahren. Der ist auch 1960 erschienen, wie auch Psycho. Der ist einfach toll. Und, ähm, ja. Ich war froh, dass ich mal wieder einen Film von Billy Wilder gesehen habe, der mich so richtig abholen kann. Äh, das, dann habe ich einen Film mit Audrey Hepburn mal wieder gesehen. Funny Face. Müsste jetzt der dritte im November gewesen sein. Und, ähm, der ist von Stanley Donan, der auch, äh, Singin' in the Rain oder Charade gemacht hat. Äh, für mich zwei charmante und vor allem zeitlose Meisterwerke. Und Funny Face war so schlecht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Funny Face war so ein schrecklicher Film. Er ist eine Mischung aus Romanze, Drama und Musical. Und ich habe es gehasst. Ähm, die Songs bleiben gar nicht im Gedächtnis. Ähm, und fügen sich gar nicht symbiotisch in das gesamte Werk ein. Der Film dauert zwar nur 100 Minuten, der fühlt sich aber an wie über zwei Stunden. Ähm, der hat zwar ganz coole Tanzzellen und Audrey Hepburn ist halt einfach wundervoll. Audrey Hepburn ist halt eine Göttin. Ähm, der hat auch einen netten, sympathischen 50er Charme. Aber insgesamt, der ist halt überhaupt nichts Besonderes. Das ist langweilig. Und im Endeffekt interessiert mich auch Mode und Mode nicht so wirklich genug, um mir dort ein Musical drüber anzugucken. Und deswegen, ja, hat der leider nicht so gut funktioniert. Müsste neben tatsächlich lieber mein schlechtest, da schlecht bewertetster Film des Lovambas sein mit 4 von 10 Punkten. Ähm, dann habe ich ein weiterer Film mit, ähm, Billy Whiter gesehen. Ich hatte ein Audrey Hepburn-Doppelfeature halt mit Funny Face und Sabrina. Und Sabrina hat an die Apartment nicht nur angeschlossen, sondern auch übertroffen. Äh, bei Sabrina habe ich tatsächlich überlegt, ob es mein erster Film ist von Billy Whiter, dem ich 9 von 10 Punkten gebe. Noch nicht gemacht. Wird im Rewatch sicherlich soweit sein. Mann, ich fand ihn toll. Ich fand den so toll. Es liegt halt vor allem an Audrey Hepburn wieder. Oh, und Audrey Hepburn ist einfach so genial. In allen Filmen, die es gibt, ist Audrey Hepburn toll. Billy Whiter ist aber auch toll, weil er einfach ein inszenatorisches Genie ist. Man merkt einfach, dass er ein inszenatorisches Genie ist. Er weiß genau, wie lange die Kamera sich drehen muss, wie die Darsteller schauspielern müssen. In Sachen Stilistik gibt es wirklich nur wenige Regisseure, wo ich sagen würde, die wirklich jemals auf seinem Niveau waren. Und auch dieser Film besteht den Spagat zwischen Ernsthaftigkeit und Komödie. Ähm, halt genauso wie bei The Apartment. Obwohl Sabrina sicherlich einen deutlich größeren Comedyanteil hat und weniger gesellschaftskritisch ist. Ähm, die Darsteller sind toll. Weil neben, ähm, neben halt Audrey Hepburn ist halt noch William Holden dabei und Humphrey Bogart, den man vielleicht aus Casablanca kennen könnte. Und diese Dreiecksbeziehung macht halt auch so viel Spaß. Ähm, Audrey Hepburn spielt halt eine junge naive Frau, die genau weiß, was sie möchte. Oder eben auch nicht. Bogart spielt, ähm, wie in Casablanca eine, ist einfach eine schauspielerische Wucht. Ist einfach ein richtig, richtig cooler Mann. Und Holden ist einfach ein charmeiter Trottel. Und, ähm, die Dialoge waren toll geschrieben. Ähm, die sind zugleich aber auch ziemlich viel, äh, vielschichtig. Und, ähm, ja. Es wird auch, äh, La Vie en Rose. Ein toller Song. Wird auch als, äh, wird auch als Score benutzt hier am Film. Und, ähm, ja. So kann ich echt sagen, Sabrina ist mein bisheriger Lieblingsfilm von Wilder, weil der auch so ein tolles Pacing hat. Der fühlt sich nicht an wie zwei, zwei Stunden dauert er, glaube ich. Oder 110 Minuten, ja, 113 Minuten dauert der. Der fühlt sich halt auch so schnell an. Der macht wirklich so viel Spaß. Ähm, ja. Ja, ich freue mich schon, wenn ich Sabrina mal wieder gesehen habe. Last Horizon habe ich gesehen. Den Felsen von Shangri-La. Ähm, tolle Sets. Und, ja, keine Ahnung. Tolle Schauspieler. 1937 von, ähm, Frank Capra. Ja, ich weiß, ich konnte mich jetzt nicht so umhauen. Ist auch irgendwie schwer jetzt so in der Retrospektive. Ähm, wenn man den jetzt nach, puf, nach über 70 Jahren sieht, ähm, hat der schon ein bisschen seine Wucht verloren. Trotzdem, ähm, kann man auf jeden Fall mal sehen. War jetzt aber nicht das, das krasse Werk, was ich mir oft habe. Also, Seven Year Age, mein erster Film mit Marilyn Monroe, auch wieder von Billy Wilder. Und, ähm, der war auch ziemlich charmant, halt vor allem wegen Marilyn Monroe. Ähm, der hat auch wirklich tolle Stellen, auch tolle inszenierte Stellen, merken wie der Billy Wilder weit am Werk. Das Problem ist halt so ein bisschen, dass, ähm, abseits von Marilyn Monroe irgendwie der Film nicht wirklich funktioniert. Insgesamt auch vielleicht nicht perfekt geeitert ist. Der ist sehr oberflächlich, aber er überzeugt halt auch einfach nicht stark. Er ist nicht wirklich vielschichtig. Ich habe halt ein bisschen mehr erwartet von Billy Wilder. Der macht halt einfach nur Spaß. Und, also, ich meine, dass er auch nicht schlecht ist. Der macht halt einfach nur Spaß, ist halt oberflächlich. Hat das ein oder andere blöde Klischee. Aber, der tut einfach niemandem weh und ich hatte meinen Spaß über die 100 Minuten. Das war okay. Ähm, der versucht zwar mit so einer psychologischen Ebene etwas tiefer sein zu wollen, aber im Endeffekt ist er eigentlich sehr, sehr flach. Aber, wie schon gesagt, das ist eigentlich gar nicht so natürlich schlimm. Der macht halt einfach Spaß. Ähm, ja. Ich habe Once Upon a Time Hollywood gerewatcht. Ähm, immer noch einer meiner Lieblingsfilme. Punkt. Ähm, dann habe ich mit meiner Sist, ähm, die zwei Türme gesehen. Herr der Ringe, der zweiten Teil wieder im Extended Cut. War auch ganz gut. Ähm, was heißt, war ja auch ganz gut. Hat auch immer wie, äh, hat halt wie immer 5 von 5 Sterne bekommen, ne? Es ist halt, was soll ich zu Herr der Ringe sagen? Habe ich schon häufig genug drüber geredet. Hat mal wieder 5 von 5 Sterne bekommen. Also, der erste auch. Was soll ich darüber sagen? War halt ganz gut, ne? 5 von 5 Sterne kennt man halt. Ähm, dann, oh mein Gott. Ich glaube, dazu komme ich zum Schluss. Über, zu The World of Snow. Okay, doch reden wir jetzt über The World of Snow, hallo. Ähm. Ähm, ah, das ist halt schon wieder so viel. Ähm, okay. Ähm, ihr kennt doch sicherlich noch Jim Cummings, der Regisseur von Thunder Road. Äh, hatten wir ja gerade erst im, äh, im Filmeinkauf. Das mit dem schönen Thumbnail. Da, wo nur ich auf dem Thumbnail drauf bin. Das war die Folge mit Thunder Road. Und Jim Cummings ist halt ein richtiges Filmtalent. Der ist halt, ähm, Regisseur, Drehbuchautor und ein richtig grandioser Darsteller. Und, ähm, Thunder Road, der jetzt übrigens auch auf Amazon Prime ist, ist halt ein genialer Film. Wirklich, der ist lustig. Der ist, der ist für mich die Beschreibung von traurig schön. Ich glaube, kein anderer Film ist so traurig schön wie Thunder Road. Und gleichzeitig noch so lustig und auch so in die Magengrube schlagend. Ähm, und jetzt hat er halt einen Horrorfilm gedreht. Beziehungsweise eine Horror, ein Horror-Comedy-Film. Und der heißt halt The World of Snow Hollow. Ist halt vor, ich glaube, acht Wochen oder so erschienen. Und, ähm, ja. Der ist wirklich auf der einen Seite ziemlich, ziemlich gut. Weil schauspielisch ist der Toy. Man hat Robert Forster. Man hat, ähm, man hat Jim Cummings, der ein begleiteter Schauspieler ist. Das Problem ist halt so ein bisschen, spannungstechnisch wurden auf jeden Fall Fehler gemacht. Denn, ähm, es geht um den Werwolf. The Wolf of Snow Hollow. Ich glaube, ihr versteht's. Es gibt eine Mordserie in, äh, in Snow Hollow. In diesem kleinen Ort. Und, ähm, es geht halt um einen Polizisten. Beziehungsweise um die ganze Polizei. Die hat diesen Mord aufdecken. Also diese Morde, diese Mordserie aufdecken müssen. Ähm, bisschen wie bei Twin Peaks. Da gibt's ja auch einen Mord, um den sich die ganze Serie dreht. Also man merkt natürlich auch die große Inspiration, ähm, Twin Peaks bei The Wolf of Snow Hollow. Ähm, der ist tatsächlich manchmal auch ein bisschen lustig. Aber für mich war der jetzt einfach, für mich fehlte dir ein bisschen diese Genialität, die The Wolf of Snow Hollow ausgemacht hat. Der war gut. Der war wirklich gut. Ich hab ihm 47 Punkten gegeben und ein Herz. Also der ist gut. Der dauert noch 85 Minuten. Aber der macht halt auch einfach den Fehler, viel zu früh sein Monster zu zeigen. Weil so ein Alien, der wartet halt bis zum Schluss, bis er dann einfach mal das Monster, also das Alien zeigt. Und bei The Wolf of Snow Hollow, da sieht man halt das Monster sehr, sehr früh im Film. Und das nimmt halt sehr, sehr viel Spannung einfach. Und, ähm, das sieht zwar auch toll aus, das Monster, das sind gute Effekte. Aber es fehlt so ein bisschen im Endeffekt die Spannung. Und, ähm, ja, so ein bisschen die Raffinesse. Vielleicht auch die Erfahrung. Und natürlich, das Jim Cummings ist, glaube ich, so ein zweiter Langfilm. Deswegen, da ist natürlich noch Puttensinn nach oben. Aber ich fand halt Thunder Rhodes so genial. Das ist halt sehr, sehr schade. Ähm, sehr, sehr lobende Worte. Kann ich aber eigentlich nur bei einem Score verlieren, der wirklich richtig, richtig gut war. Ähm, insgesamt gibt es tolle Landschaftsaufnahmen. Spielt in so einem Schneesetting, auch richtig toll. Ähm, der hat aber auch drehbuchtechnisch wirklich, ähm, Ende des zweiten Aktes gibt es eine Szene, die so billig inszeniert ist. Das habe ich nicht von Jim Cummings erwartet, dass sie so schlecht inszeniert ist. Also, dass man halt einfach merkt, okay, das ist halt, ist halt eine schrecklich inszenierte Szene. Also, man merkt halt, es wurde nur vom Drehbuch so geschrieben, damit es halt einen zusätzlichen emotionalen Impact bekommt. Und das ist einfach sehr, sehr billig gemacht. Sehr schade. Denn, ähm, ich habe eigentlich sehr, sehr große, ähm, ich hatte sehr, sehr große Erwartungen bei dem Film. Und der ist ja auch wirklich per se nicht schlecht. Der ist ja auch, der hat, der hat von mir einen Gutbekommen. Also, sieben von zehn Punkten ist jetzt wirklich nicht schlecht. Aber ich habe halt so viel mehr erwartet noch irgendwie. Das ist halt jetzt immer das Problem mit der Erwartungshaltung. Ähm, ich habe halt mir erhofft, dass er noch ein bisschen stärker ist. Ähm, jetzt gleich kann ich auch ein bisschen über The Children's Hour sagen. Mit Audrey Hepburn und Shirley MacLaine, die auch in The Apartment schon toll war. Ähm, ist sehr, sehr wichtig. Auch damals für die Zeit gewesen, denke ich. Aber das Problem ist, der hat mich halt auch emotional gar nicht bekommen. Und deswegen ist das Endresultat nicht wirklich bei mir aufgegangen. Auch nur sechs von zehn Punkten, wie auch schon, ähm, Brokeback Mountain oder The Woman. Ähm, nicht so einfach für mich, da sitze ich auf den, äh, zweiten, auf den Rewatch. True Romance hat auch Spaß gemacht, aber war irgendwie auch nicht so viel mehr. Klar, das Drehbuch und die, die, die Dialoge waren toll, die Figuren waren skurril. Ähm, bei manchen Darstellern war es aber auch so ein bisschen Möchtegern-Coolness. Und, ähm, ja, das waren einfach so alles Probleme, die ich halt mit dem True Romance hatte. Und, ähm, ich hatte zwar Spaß, trotzdem war er nicht wirklich kurzweilig. Also, der, der hatte schon gute Szenen, aber ich finde vor allem, wenn es dann Richtung L.A. geht, ist der auch, nimmt so ein bisschen der Spaß ab und es kommt so ein bisschen Langatmigkeit in dem Film. Man merkt halt auch, dass er nicht von Tarantino gedreht wurde, sondern von Tony Scott war das, meine ich. Und da merkt man halt so ein bisschen, dass halt auch dieses Mastermind Tarantino vielleicht einfach fehlt. Ähm, dass, 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 dass wirklich nur Tarantino vielleicht auch richtig gut seine Drehbücher, ähm, inszenieren kann. Absatz natürlich von, ähm, wie heißt der gute Film? From Dusk Till Dawn. Ähm, das ist wirklich ein Film, Tarantino Drehbuch, äh, Regie Robert, äh, Robert Rodriguez. Und bei dem funktioniert trotzdem einfach alles. Und deswegen, ähm, es gibt halt trotzdem diese Filme, wo das Tarantino Drehbuch wirklich gut funktioniert, obwohl Tarantino nicht Regie führt, ist aber eher seltener für mich der Fall. Für mich muss wirklich, ähm, Tarantino eigentlich beides machen. Regie und Drehbuch, damit es wirklich ein richtig, richtig geiler Film wird. Und, ähm, vergangene Woche war auch das Project K, da werden verschiedene koreanische Filme gezeigt, ähm, kostenlos. Äh, ich hoffe, ihr habt mitgemacht, waren tolle Filme dabei. Und, ähm, so habe ich Secret Reunion geguckt, der erste Film von, ich glaube nicht der erste Film, sondern der zweite Film. Aber der erste Film, den ich von Young Hoon gesehen habe, der hat auch A Taxi Driver gemacht, den ich, ähm, auch durch das Festival gesehen habe, beziehungsweise aber jetzt noch nicht gesehen habe. Ich werde ihn durch das Festival sehen, aber ich habe ihn noch nicht gesehen, weil ich diesen Lodge Caster davor aufnehme. Aber, ähm, ich denke, wenn ich A Taxi Driver gesehen habe, wird das vielleicht dann noch als Nachtrag in der nächsten, ähm, im nächsten, was habe ich im Monat, bla bla bla, also was habe ich im Dezember gesehen, nachgetragen, obwohl ich ihn nicht im Dezember gesehen habe. Ich habe ihn, ich sehe ihn noch im November, ich habe ihn aber noch nicht gesehen, ich werde ihn aber sehen und wenn er toll ist, dann werde ich das sicherlich nochmal erwähnen. Äh, Secret Reunion habe ich vor allem gesehen, weil er auch, ähm, Song Kang Ho mitspielt, jetzt mein Lieblingsdarsteller gehört und, ähm, der ist wirklich, also, Secret Reunion ist kein perfekter Film, bei weitem nicht, aber der macht so viel Spaß, wirklich. Ähm, wirklich, der hat manche wirklich deplatzierte Szenen, ähm, wo man sich wirklich fragt, warum, was passiert hier gerade, aber im Endeffekt ist der wirklich gut, ähm, da der einfach so sympathisch ist. Ähm, es ist halt so ein bisschen wie bei General Security Area, da geht es auch darum, dass, ähm, dass halt dieses Länderproblem zwischen Nord- und Südkorea wird, ähm, angeprangert, ähm, und es wird halt auch vor allem Nordkorea verständlicherweise und aus richtigen Gründen angeprangert. Es wird aber nicht mit einem, mit einem einseitigen Blick gemacht, dass alle Nordkoreaner böse sein müssen, sondern es wird mit einem Erwachsenenblick drauf geguckt, dass natürlich nur das Regime das Problem ist, das nordkoreanische Regime und nicht die Einwohner Nordkoreas. Und, äh, es wird tatsächlich an manchen Stellen auch das eigene Land so ein bisschen hinterfragt, äh, was natürlich auch wichtig ist, denn, ähm, egal wie böse Länder auch sein mögen, ähm, es gibt ja in vielen Gründen auch immer noch, oder bei, es gibt ja sehr, sehr häufig auch immer noch einen bestimmten Grund dafür, oder, ja, keine Ahnung, ich meine, jedes Land, jede Länder haben ja irgendwie ihre Geschichte und Nord- und Südkorea haben ja auch ihre Geschichte, warum sie so sind, wie sie sind, und, ja, denke ich, da ist es auch wichtig, dann so ein bisschen das eigene Land, dass man nicht einfach nur, wie bei Flucht von Pretoria sagt, okay, alle, ähm, Person A ist böse und Person B ist gut, sondern vielleicht auch sagt, okay, Person A, ähm, hat vielleicht falsche, keine Ahnung, im Unterricht nicht aufgepasst und weil, ist deswegen vielleicht nicht die tollste Person und Person B ist, ähm, keine Ahnung, irgendwas, B, er ist halt B, keiner mag B, aber, ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Und, ähm, ich rede jetzt schon hier eine Stunde bei Filmen, okay, irgendwann, irgendwann geht auch einem der Kopf einfach raus. Ähm, ja, und Secret Union war einfach spaßig und hat Spaß gemacht. Aber er ist jetzt kein großartig tief, tief, tiefere Film. Er hat jetzt keine großartig tiefere Message, außer, hey, nicht alle Nord-Koreaner sind böse. Also, sei nicht immer so böse. Ähm, ja. Kommen wir noch zu Lolita. Werde ich nicht so viel drüber sagen, aber ich liebe ihn. Ich liebe Lolita, ist ein toller Film, Stanley Kubrick. Habe ich sehr drüber gefreut, dass ich den so toll fand. Die 150 Minuten sind sowas von verflogen. Sehr charmant, sehr toll. Toller, äh, 60s Charme. Und, ähm, ja, ist halt Stanley Kubrick, ne? Was soll ich zu diesem Film sagen? Aber wirklich darstellerisch. Äh, Drehbuch, ähm, ist genial. Ähm, die Inszenierung ist famos. Und deswegen Lolita, ein ganz, ganz toller Film, den ich nur dringend, dringend weiterempfehlen kann. Der Face Reader, weiterer Film von Song Kang-ho, den ich durch Project K gesehen habe, ähm, durch dieses Festival, das koreanische Festival. Ähm, die erste Hälfte war grandios, weil dort Song Kang-ho wirklich skurril ist. In der zweiten Hälfte nimmt Song Kang-ho irgendwie eine merkwürdige Entwicklung zu. Das Drehbuch ist irgendwie merkwürdiger. Dieser skurrile Song Kang-ho wird durch den ernsten Song Kang-ho ersetzt. Und es wirkt einfach nicht, überhaupt nicht symbiotisch. Und, nee, nee, die erste Hälfte von der Face Reader war wirklich, wirklich gut. Und die zweite Hälfte nimmt dann stetig ab. Und, äh, ist halt sehr schade, weil der Film dauert 140 Minuten. So ist halt nur eine Hälfte richtig, richtig gut. Und die andere, nicht schlecht, aber halt eben auch nicht so gut wie die erste. About Time hab ich gesehen. Wie es schon gesagt, schließen wir den Kreis mit Richard Curtis, der auch tatsächlich Liebe gemacht hat. Ähm, den wir am Anfang des Videos des Lodgkars besprochen haben. Ähm, About Time war best. Besser, aber für mich immer noch nicht gut, weil ich auch immer ein Problem mit so relativ klassischen Romanzen, die selbst hier jetzt mit einer netten frischen Idee aufgepippt wurde, aber im Endeffekt eine klassische Romanze bleibt. Ähm, der besitzt halt, der besitzt halt so unfassbar dumme Momente. Also er hat diese Zeitreisethematik. Und, ähm, dadurch werden auch ein paar nette Szenen erzeugt. Aber es gibt halt auch so bescheuerte Momente, wo ich mich gefragt hab, ob es nicht einfach viel zu viel ausgereizt wurde, dieses ganze Thema. Ähm, die Dialoge sind, einfach teilweise, also die Dialoge sind manchmal wirklich okay, aber in so manchen Stellen waren die auch so bescheuert, dass ich mich gedacht hab, was passiert denn gerade? Gerade vor fünf Minuten waren die Dialoge doch eigentlich noch ganz okay. Und dann, und dann werden sie richtig grausam. Ähm, ja, vieles wirkt auch einfach ein bisschen gekünstelt. Es war einfach nicht meine Art von Film. Auch wieder emotional wurde ich mir nicht mitgenommen. Ähm, nein, die Vater-und-Sohn-Story hat bei mir nicht funktioniert. Und, ähm, ja. Ich möchte eigentlich gar nicht so böse über About Time reden, denn ich fand ihn eigentlich wirklich okay. Ich meine, zweieinhalb von fünf sieht jetzt immer so ein bisschen scheiße aus, aber ich fand ihn wirklich nicht schlecht. Ich freue mich, dass er mir empfohlen wurde. Ähm, denn, also der hatte ein paar interessante Momente, der war aber auch so unfassbar lang. Oh mein Gott, der dauert nur 120 Minuten und wäre der 90 Minuten lang gewesen, dann wäre es perfekt gewesen, glaube ich. Also nach, ich hatte nach 80 Minuten noch nicht das Gefühl, nein, es war früher, ich glaube, es war so nach 70 Minuten. Dann habe ich gedacht, hm, okay, jetzt kann es doch langsam enden. Dann habe ich, ähm, habe ich meinen Playstation-Controller angemacht und habe gesagt, ähm, äh, wollt ihr mal sehen, wie lange der noch dauert? Dann dauert jetzt sicherlich so nur noch 20 Minuten oder so, dann kommt ihr noch zu einem guten Abschluss. Vielleicht noch abspannen, ähm, mit eingerechnet, ja, kommen wir so auf, ja, noch 15 bis 20 Minuten, dann ist es gut. Und dann sehe ich da, einfach noch 50 Minuten, ich denke mir, nein, 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 bitte nicht, bitte nicht, geh doch zu Ende. Warum bist du so lang? Und, ähm, ja, das war irgendwie, er hatte gute Seiten, er hatte schlechte Seiten, die guten Seiten waren vor allem die von Mago Robby. Oh! Ja, Mago Robby ist wundervoll in diesem Film, aber Mago Robby ist auch immer wundervoll. Immer wenn ich sie sehe, muss ich lächeln. Und, ähm, ja, einfach tolle Schauspielerin. So, der vorletzte Film für diesen, für diesen Lodgecast, oh mein Gott, seid ihr auch fertig? Wir haben wirklich über viele Filme gesprochen. Ähm, ähm, ja, das ist Waves. Ähm, Waves ist auch in zwei Teile geteilt, fährt mir gerade so auf. Und wieder finde ich den ersten Teil überragend, wirklich der erste Teil von Waves. Ist so fantastisch, so richtig elektrisierend, die ersten Minuten sind, haben so einen richtigen, äh, Wiedererkennungswert. Ähm, ist, ist einfach so eine begeisternde Mischung aus toller Musik, viel ist die Ebrachiam Sounddesign und hypnotisierenden und dynamischen Kamerafahrten. Und der zweite Teil ist halt, also der erste Teil ist halt auch so auf Spannung angesetzt. Und der zweite Teil ist halt eher so auf, ähm, Emotionen ausgesetzt. Und, ähm, ja, ich glaube, ihr könnt euch denken, was bei mir besser funktioniert hat. Nämlich der Teil mit der Spannung. Und, ähm, ich muss sagen, der zweite Teil startet wirklich gut und startet interessant. Und, ähm, startet eigentlich mit einer wirklich interessanten, ähm, Prämisse. Aber aus der wird irgendwie nichts gemacht und wird eine Romanze daraus, die ich gar nicht gefühlt habe. Und, ähm, ja, so bleibt der Film dann so ein bisschen auf der Strecke liegen. Der dauert auch 135 Minuten. Ob der jetzt mal so lang sein muss, sei jetzt auch mal hier an dieser Stelle so dahingestellt. Ähm, und so wurde ich eigentlich so in den Sog gezogen, nur durch die ersten 70 Minuten. Und die zweiten 70 Minuten waren dann dann doch schon eher, ähm, nicht enttäuschend. Sie hatten ja noch ihre Momente. Aber, ähm, doch schon langatmig. Es wird halt dieser Spannungsaufbau oder dieses, oder wenn man nicht auf die Spannung halt eben setzen möchte, irgendwie eine Art Gefühl. Und dieses Gefühl habe ich halt gar nicht bekommen. Äh, es gibt aber viele, diese, die, diese Art von Gefühl bei dem Film hat den. und ich hatte dieses Gefühl halt eben nicht. Und das ist sehr schade, aber sonst fand ich Wave's wirklich toll. 8 von 10 Punkten. Ich denke, auf die 9 von 10 wird es schwierig heraufzukommen, weil ich den zweiten Teil gar nicht gefühlt habe. Was heißt gar nicht? Ich habe ihn nicht gar nicht gefühlt. Ich fand ihn ja eigentlich ganz gut, teilweise zu Beginn. Aber so gegen Ende, muss ich sagen, ah, da hätten mich immer weiter irgendwie rausgezogen. Und, ähm, ja. Ich weiß nicht. Es war irgendwie ein bisschen schade, denn ich hätte Wave's Gantt noch ein bisschen besser gefunden. Aber ich meine, 8 von 10 Punkten ist wirklich, wirklich gut. Aber sie sind halt vor allem für die ersten 70 Minuten. Und wie soll so eine Lodgecast-Folge gebührend, gebührend enden? Ich habe, ich habe was Episches geguckt. Wirklich was richtig, richtig Episches. Ähm, da habe ich schon den ersten Teil gesehen. Den dritten Teil habe ich auch gesehen. Ich weiß nicht, ich glaube den vierten Teil habe ich nicht von dieser Reihe gesehen. Das wird sicherlich aber auch noch irgendwann dran sein. Ich muss sagen, ähm, der erste Teil hat durchaus seinen Charme. Der dritte Teil, ähm, hat auch durchaus ein paar Songs, die man sich anhören könnte. Aber, ich muss schon sagen, der zweite Teil von Bibi und Tina ist schon ganz eindeutig potenziell der Beste. Ja, ich habe Bibi und Tina 2 geguckt, natürlich nicht alleine. Ähm, ich wurde so ein bisschen dazu gezwungen. Aber, ich habe mich da hingesetzt, wie ein Mann, und habe mir gesagt, okay, dann gucke ich jetzt Bibi und Tina 2 voll verhext. Und, ähm, der war überraschend, okay. Also gut, hätte ich ihn jetzt alleine geguckt, hätte ich, glaube ich, meine Pulse allein aufgeschnitzt. Aber wenn du dort noch eine Person hast, die neben dir sitzt, und, ähm, dir denkst, ja, okay, dann gucken wir jetzt Bibi und Tina 2. Dann, äh, ist das durchaus, ist das okay. Also, hat ein paar gute Songs. Den Soundtrack kann ich natürlich schon vorher. Ähm, ist natürlich auch so ein Musical. Guckt euch die halt nicht alleine an. was, wie merkwürdig seid ihr auch, wenn ihr euch mit 20 Jahren Bibi und Tina 2 alleine anguckt. Wirklich. Guckt den euch mit einer Freundin an und, keine Ahnung, habt Spaß mit dem. Der ist wirklich okay. Der ist okay. Ich hatte Spaß mit dem. Ich habe ihm drei von zehn Punkten gegeben. Ich habe ihm genauso viele Punkte gegeben, wie Little Women, Broke Big Mountain und The Children's Hour. Wirklich. Fällt mir jetzt zuerst auf. Ja gut. Ja gut. Das ist lehm. Bibi und Tina fand ich wirklich kurzweilig. Mit dem hatte ich wirklich Spaß. Also, oh Gott. Oh Gott. Das hätte ich nicht erwähnen sollen. Ähm, ja, Bibi und Tina 2. Surreales Erlebnis. Ähm, und ich muss sagen, die Tina-Erstellerin, Lisa Marie Couroy, trägt im Film ein, äh, Dürndl und es steht ihr. Es steht ihr wirklich. Deswegen Respekt geht raus in das Dürndl. Ähm, ja, und das war es mit dieser Lodgkast-Folge. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte durchaus meinen Spaß. Ich fand es, äh, ziemlich, ziemlich, ähm, lustig. Von dem Bibi und Tina Part. Und, ähm, ja. Es bleibt zu sagen, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, ich versuche, habe ich das schon am Anfang gesagt? Ich meine schon, dass ich im Dezember versuche, ähm, mehr Lodgkast-Folgen zu machen. Ich probiere es. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, es wird ein neues Format auf euch zukommen, auf das ich mich schon sehr freue. Ich hoffe, das wird alles funktionieren. Ähm, habe ich ein bisschen Angst vor. falls doch die erste Folge geschrecklich sein sollte, dann verzeiht es mir bitte. Ich werde es hier noch nicht ankündigen, also jetzt hier noch nicht sagen, was es ist, aber ich freue mich schon ziemlich drauf und ich hoffe, es wird funktionieren. Und, ähm, ja. Was bleibt sonst noch zu sagen? Habt einen schönen Tag. Äh, guckt mal Filme. Und, äh, Cheers. Hex, Hex. Lodgkast-Folge ist vorbei. Und jetzt trinken wir jetzt irgendwas einerlei Hex-Hex.